Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Vor mir sitzt mein nächster Gast und es ist mein absoluter Lieblingsgast, ganz einfach aus dem Grund, weil sie die Einzige ist, die mir was mitgebracht hat und zwar Weihnachtsplätzchen selbst gebacken wird. Ja, ich habe gebacken. Ja, und sie sind wirklich richtig lecker, weil sie so schön mit Schokolade bezogen sind. Und Vanillekipferl. Und Vanillekipferl, ich glaube bei denen bin ich aber noch nicht angekommen. Oha, ja musst du probieren, die sind voller Zucker, dann kommst du richtig in so einen Zuckerschock. Na, da bin ich direkt auf 100%. Ja, ein bisschen mega wach. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, ähm, hallo, ich bin Monika Oscheck, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und ja, ich freue mich hier zu sein. Wir beide kennen uns auch schon länger. Ja, schon sieben Jahre jetzt. Oh Gott, was hast du uns mitgebracht, Moni? Ich habe mitgebracht die Söhne des Weihnachtsmanns von Italo Calvino. Ja, cool. Wir werden gleich noch ein bisschen reden, da freue ich mich drauf und jetzt hören uns erstmal die Geschichte an. Yay! Los geht's! Los geht's! Mo Entertainment, lass uns was hören. Italo Calvino, die Söhne des Weihnachtsmanns. Es gibt für den Einzelhandel und die Industrie keine schönere Jahreszeit als die Wochen vor Weihnachten. In den Straßen ertönt das fröhliche Tremolo der Dudelsäcke und die GmbHs, die bis gestern vor allem an ihren Umsätzen und Dividenden interessiert waren, entdecken die Welt der Gefühle und des Lächelns. Jetzt denkt jede Behörde, jede Firma nur noch darüber nach, wie sie ihren Nächsten eine Freude bereiten kann. Man verschickt Glückwünsche und Geschenke an Schwesterfirmen, Lieferanten und Privatkunden. Jede Firma muss bei einer anderen Firma Massen von Geschenken für ihre Partnerfirmen einkaufen und diese kaufen ihrerseits bei einer Firma Geschenkvorräte für die Ersteren. Dieses Jahr hatte die Werbeabteilung des Warenhauses BAF die Idee, allen Stammkunden des Hauses ihr Weihnachtsgeschenk persönlich ins Haus zu bringen. Durch einen als Nikolaus verkleideten Mitarbeiter. Der Vorschlag der Werbeabteilung wurde vom Vorstand einstimmig angenommen. Während der Leiter der Personalabteilung in den verschiedenen Abteilungen nach geeigneten Kandidaten für das Amt des Weihnachtsmanns Ausschau hielt, machten sich seine Vorstandskollegen an die Ausarbeitung eines Konzepts. Die Mitarbeiter-Motivationsabteilung wollte die Geschenkaktion per Weihnachtsmann auch auf die eigene Belegschaft ausdehnen. Die Vertriebsabteilung überlegte, ob der Nikolaus neben den Geschenken nicht auch neue Bestellungen ausliefern könne. Und die Werbeabteilung machte sich Gedanken, wie man den Firmenschrift zu groß herausbringen könnte. Vielleicht, indem der Weihnachtsmann die Buchstaben SBAV auf vier aneinandergereihten Ballons hinter sich herzog. Alle waren sie von der eifrigen und herzlichen Atmosphäre, die sich in der festlich eingestellten Stadt verbreitete, angesteckt. Was war schöner, als um sich herum das frohe Treiben der Wirtschaft wahrzunehmen und dabei die Nächstenliebe zu spüren, die die Wurzel dieses Treibens war? Natürlich zählte vor allem die Nächstenliebe, woran das fröhliche Pfeifen der Dudelsäcke Firuli, Firuli, ja auch keinen Zweifel ließ. Unten im Lager des BAV stand der Lagerarbeiter Marco Waldo. Er packte fieberhaft Waren ein und aus und hatte auf diese Weise regen Anteil am materiellen und spirituellen Austausch der Sympathien. Aber nicht allein dieses Ein- und Auspacken stimmte ihn festlich, sondern das Wissen, dass irgendwo unter den Hunderttausenden von Paketen sein eigenes Päckchen liebevoll verpackt von der Mitarbeitermotivationsabteilung auf ihn wartete. Ganz zu schweigen vom 13. Monatsgehalt und dem Zusatzgeld für Überstunden am Ende dieses Monats. Mit diesem Geld konnte er dann ebenfalls in die Läden gehen und kaufen, 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 dann schenken, 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 wie es sein Familiensinn, seine Interessen und die Interessen der ganzen übrigen Wirtschaft ihm nahe legten. Die Tür ging auf und der Leiter der Personalabteilung trat ein, einen falschen Bart in der Hand. So kam es, dass der Lagerarbeiter Marco Waldo als Weihnachtsmann verkleidet durch die Stadt fuhr, in einem dreirädrigen Lieferwagen des Barf, voll beladen, mit bunt verpackten, mit Mistel- und Stechpalmenzweigen geschmückten Paketen, mit eleganten Schleifen. Der weiße Wattebart juckte ein bisschen, aber dafür schützte er seinen Hals vor der Kälte. Zuerst fuhr Marco Waldo zu sich nach Hause. Er wollte zu gern sehen, ob seine Kinder nicht überrascht waren, wenn sie ihn in dem Aufzug sahen. Die Kinder spielten im Treppenhaus. Sie drehten sich nur flüchtig nach ihm um. Ciao, Papa! Marco Waldo war verblüfft. Aber wundert ihr euch denn nicht über meine Verkleidung? Du bist als Nikolaus verkleidet, meinte der kleine Pietro. Na und? Habt ihr mich denn gleich erkannt? Klar! Den Herrn Sigismondo haben wir schließlich auch gleich erkannt, obwohl der besser verkleidet war als du. In der Tat war es so, dass viele Werbeabteilungen gleichzeitig dieselbe Idee gehabt hatten. Sie hatten jede Menge Leute als Weihnachtsmänner auf Zeit rekrutiert, überwiegend Arbeitslose, Rentner und Obdachlose, und hatten ihnen allen rote Mäntel und Wattebärte verpasst. Anfangs hatte es die Kinder amüsiert, unter den Verkleidungen Verwandte oder Nachbarn oder Bekannte wiederzuerkennen. Aber bald hatten sie sich an die Maskerade gewöhnt und gar nicht mehr darauf reagiert. Das Spiel, in das sie vertieft waren, schien sie sehr zu beschäftigen. Sie saßen im Kreis auf einem Treppenabsatz und steckten die Köpfe zusammen. Darf man fragen, was ihr da ausbrütet? Fragte Marco Waldo. Bitte stören's nicht, Papa, wir müssen uns Geschenke ausdenken. Geschenke? Für wen? Für ein armes Kind. Wir sollen ein armes Kind suchen und dem sollen wir dann was schenken. Und wer hat euch das gesagt? Es steht in unserer Lesefibel. Marco Waldo wollte schon sagen, eigentlich seid ihr ja auch arme Kinder. Aber die Ereignisse der letzten Wochen hatten ihn so sehr dazu verleitet, sich selbst für einen Bewohner des Schlaraffenlandes zu halten, in dem alle glücklich waren und kauften und schenkten, was das Zeug hielt, dass er es für nicht ratsam hielt vor, den Kindern von Armut zu sprechen. Stattdessen sagte er, Arme Kinder gibt's nicht mehr. Der kleine Michel stand auf und fragte, Ist das der Grund dafür, dass du uns nichts mitgebracht hast, Papa? Marco Waldo spürte einen kleinen Stich im Herzen. Jetzt muss ich erst mal meine Prämie verdienen, sagte er in Eile. Dann kann ich euch auch was mitbringen. Und womit verdienst du deine Prämie? Wollte der kleine Filippo wissen. Ich fahre Geschenke aus, erwiderte Marco Waldo. Für uns? Nein, für andere Leute. Warum nicht für uns? Mach das doch zuerst! Da es ihm leid tat, dass er mit leeren Händen gekommen war, gedachte er es dadurch wieder gut zu machen, dass er seinen kleinen Michel mit auf Tour nahm. Wenn du brav bist, bot er ihm an, darfst du mitkommen und zusehen, wie dein Papa den Leuten die Geschenke bringt. Gut, vielleicht finde ich ja ein armes Kind, meinte Michel. Er sprang auf und hielt sich an den Schultern seines Vaters fest. Wie alle seine Kollegen raste Marco Waldo von einer Adresse zur nächsten. Er kletterte von seinem Fahrersitz herunter, stieg auf den Lieferwagen, sortierte die Pakete, nahm eines aus dem Stapel, brachte es an die Haustür, leierte dort die Worte, die Spa wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Er hielt sein Trinkgeld und fuhr weiter. Das Trinkgeld war zuweilen recht beachtlich und Marco Waldo hätte eigentlich mehr als zufrieden sein können, aber eins vermisste er. Jedes Mal, wenn er an der Tür stand und läutete, hinter sich den kleinen Michel, freute er sich auf ein überraschtes, glückliches, dankbares Gesicht. Aber die Leute beachteten ihn nicht mehr als den Briefträger, der ihnen jeden Tag die Zeitung brachte. Das nächste Haus auf der Liste war eine luxuriöse Villa. Ein Kindermädchen öffnete die Tür. Sie sagte, Noch ein Paket, darf ich fragen, von wem Sie kommen? Die Spa wünscht Ihnen, ist gut, folgen Sie mir. Sie öffnete eine Glastür. Sie traten in einen Saal mit hoher Decke, in dem ein großer Tannenbaum stand. Es war ein richtiger Weihnachtsbaum, an seinen Zweigen funkelten bunte Glaskugeln und alle möglichen Süßigkeiten und Geschenke. Unter dem Christbaum auf einem Teppich lagen Spielsachen aller Art, so viele, dass es für jedes gute Spielzeuggeschäft gereicht hätte. Besonders zahlreich vertreten waren komplizierte elektronische Geräte und Raumschiffmodelle. Inmitten dieser Pracht, auf einer dunklen Ecke des Teppichs, lag ein Kind. Ein Junge im Alter von etwa neun Jahren auf dem Bauch. Er blätterte mürrisch und sichtlich gelangweilt in einem Bilderbuch, als ob ihn alles, was um ihn herum vorging, völlig kalt ließe. Schau mal, Gianfranco, sagte das Mädchen. Der Nikolaus ist nochmal zurückgekommen und hat dir noch ein Geschenk gebracht. Nummer 312, seufzte das Kind, ohne von seinem Buch aufzusehen. Legen Sie es bitte da hinten hin. Das Kind hat recht, sagte das Kindermädchen. Das ist sein 312. Geschenk. Gianfranco hat nicht eines ausgelassen. Zählen ist seine Stärke, müssen Sie wissen. Auf Zehenspitzen verließen Marco Waldo und der kleine Michel das Haus. Draußen, fragte Michel. Papa, sag, war das ein armes Kind? Marco Waldo, der mit dem Heraussuchen des nächsten Päckchens beschäftigt war, antwortete nicht gleich. Dann protestierte er. Was sagst du da? Arm? Weißt du, wer sein Vater ist? Der Präsident der Nationalen Vereinigung zur Förderung des Weihnachtsgeschäfts, Träger des Ritterordens und... Er sah sich um. Wo war Michel? Marco Waldo rief. Michelino! Michelino! Wo steckst du? Nichts. Zu Hause angekommen, fand er seinen vermissten Sohn Michel quietschvergnügt im Kreise der Geschwister. Er fragte ihn. Sag mal, wo warst du denn? Ich hab dich überall gesucht. Ich bin nach Hause gelaufen, um die Geschenke für das arme Kind zu holen. Für welches arme Kind? Dass das so traurig aussah, in der Villa mit dem Weihnachtsbaum. Was? Das meinst du? Was konntest du dem denn schenken? Oh, wir haben uns was Schönes ausgedacht. Drei Geschenke in Staniolpapier verpackt. Die Geschwister fielen ein. Ja, wir sind alle zusammen dort gewesen und haben sie ihm überreicht. Du hättest sehen sollen, wie er sich gefreut hat. Na sowas, spottete Marco Waldo. Da hat er das ganze Haus voll Geschenke und freut sich ausgerechnet über die, die ihr ihm bringt. Ja, ob du's glaubst oder nicht, genau so war's. Er hat alle anderen Päckchen liegen lassen, aber unsere hat er gleich aufgemacht. Und was war drin? Das erste Geschenk war ein Hammer. Der große runde Holzhammer aus dem Keller. Und? Er ist vor Freude in die Luft gesprungen. Dann hat er den Hammer genommen und den gleich ausprobiert. Ausprobiert? Ja, er hat alle Spielsachen zertrümmert. Und danach die Sachen aus Glas. Dann hat er das zweite Geschenk ausgepackt. Ähm, was war das? Eine Steinschleuder. Du hättest sehen sollen, wie begeistert er war. Er hat alle Glaskugeln am Baum damit abgeschossen. Eine nach der anderen. Dann waren die Kronleuchter dran. Oh, oh je, hör auf. Ich kann's mir lebhaft vorstellen. Und, und, und das dritte Geschenk? Na, wir hatten nichts anderes mehr. Also haben wir ihm einfach ein paar Streichhölzer aus der Küche eingepackt. Über die hat er sich am allermeisten gefreut. Er hat gesagt, super, echte Streichhölzer. Die geben sie mir hier nie. Dann hat er eins angezündet und... Äh, und? Hat das ganze Haus in Brand gesteckt. Marco Waldo schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Er stöhnte. Um Gottes Willen. Ich bin ruiniert. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit ging, machte er sich auf das Schlimmste gefasst. Halt! Brüllten die Leiter der Presse, der Werbe und der Vertriebsabteilung. Alles abladen, aber Dalli! Da haben wir's, dachte Marco Waldo und sah sich im Geiste bereits fristlos entlassen. Diese Pakete müssen sofort durch andere neue ersetzt werden. Die Nationale Vereinigung zur Förderung des Weihnachtsgeschäfts hat eine neue Kampagne gestartet. Es war ein plötzlicher Einfall des Präsidenten der Vereinigung, erklärte die Chefin. Sein Sohn soll ein paar völlig neuartige Geschenke, sogenannte Geschenkvernichtungsgeschenke, vermutlich aus Japan bekommen haben. Man sagt, es waren die ersten Weihnachtsgeschenke, über die er sich wirklich gefreut hat. Also, äh, was noch mehr zählt, fügte der dritte Abteilungsleiter hinzu. Äh, ist die Tatsache, dass, äh, dieses Geschenk, Vernichtungsgeschenk, ne, Artikel jeder Acht kaputt macht, ne. Und durch dieses neuartige Geschenk wird der Warenverbrauch angekurbelt und die Nachfrage belegt, ne. Und das ist alles, und das in kürzester Zeit sozusagen von Kinderhand, ne. Also der Präsident der Nationalen Vereinigung zur Förderung des Weihnachtsgeschäfts, der sieht darin hier ungeahnte Perspektiven für die gesamte Wirtschaft, ne. Also der ist ja hellauf begeistert, ist der. Marco Waldo fuhr die hell erleuchtete Straße entlang. Es wimmelte nur so von Müttern, Kindern, Onkeln und Tanten. Ballons und Paketen. Schaukelpferden. Weihnachtsbäumen. Weihnachtsmännern. Hühnern, Truthähnen, Panettoni, Flaschen. Dudelsackbläsern. Schornsteinfegern und Straßenverkäufern, die Pfannen voller heißer Maroni auf ihren runden, schwarzen Öfen springen ließen. Die Stadt sah kleiner aus, als sie war. Eingeschlossen in eine leuchtende Flasche, begraben im dunklen Herzen des Waldes, zwischen hundertjährigen Kastanienstemmen und einem dicken Mantel aus Schnee. Die Söhne des Weihnachtsmanns von Italo Calvino. Jetzt darfst du, Moni. Und jetzt haben wir... Nein! Es ist wieder ausgegangen. Es ist wieder ausgegangen. Ein bisschen Weihnachtsstimmung im Studio. Zweiter Versuch. Und die Kerze brennt. Das ist jetzt nur richtig schön. Das ist ein schöner Kerzenleuchter, ne? Ja, ist sehr schön. Wo hast du denn her? Das ist ein bisschen... Den hat meine Mutter mir geschenkt. Sehr gut. Sieht ein bisschen aus wie so Diamantenschimmer. Ja, wir haben ein bisschen Weihnachtsstimmung. Jetzt ist perfekt. Vielen Dank fürs Vorlesen. Danke, dass ich hier sein darf. Wir werden auch über dieses Buch oder die Geschichte, die du mitgebracht hast, auf jeden Fall noch reden. Vorher aber reden wir ein bisschen über dich. Monika Oscheck, Schauspielerin, Sprecherin. Womit fangen wir an? Du spielst gerade in Hannover ein Theaterstück. Zwei sogar. Zwei sogar. Ich war letztens bei einer Premiere von einem Stück. Ja, das Stück, was du gesehen hast, das war Volksvernichtung. Von Werner Schwab und inszeniert von Lucia Bieler. Ganz tolle Regisseurin. Ja. Werbung, Werbung. Werbung für Lucia Bieler. Die hatte in unserem Paralleljahrgang in Berlin... Regie studiert. Regie studiert an der Ernst Busch. Mit der haben wir auch dann im Studium öfter mal zusammengearbeitet. Also mit diesem Regie-Studiengang. Und du hast jetzt schon im Berufsleben dann mit ihr schon mehrere Produktionen zusammen gemacht, oder? Genau. Einmal in Lübeck, die bitteren Tränen der Petra von Kant. Da war auch Jochen dabei. Genau. Der ja hier auch liest. Jochen Weichenthal. Guten Abend. Kommt Jochens Folge. Oh, schön. Und dann jetzt in Hannover eine Stadt will nach oben, Folge sieben und acht haben wir gemacht. Das war Anfang des Jahres. Das war so eine Art Theater-Serie, oder? Genau, Theater-Serie. Ja, so ein ganz neues Konzept, was ich total cool fand im Prinzip, weil du kannst im Monat quasi alle zehn Folgen einmal sehen, aber in unterschiedlichen Terminen. Und das Stück, was du jetzt gerade gemacht hast mit Lucia? Volksvernichtung von Werner Schwab. Das ist ein sehr derbes Stück. Da wird sich in einer Tour eigentlich nur aufs Übelste beleidigt. Ja. Und es hat eine wunderschöne Sprache, finde ich. Also ich bin ja ein totaler Werner-Schwab-Fan. Einer meiner Vorsprechmonologe ist ja auch Mariedl aus Die Präsidentinnen von Werner Schwab. Und das mag ich auch sehr gerne. Und ja, es ist eine sehr artifizielle Sprache und wir sind halt sehr formell auch auf der Bühne unterwegs. Also wir sind die ganze Zeit Puppen und bewegen uns auch sehr puppig. Ihr seid auch wie Puppen geschminkt, also weiß im Gesicht und ja, sehr puppige Kostüme. Aber ja, wie du auch gesagt hast, es ist sehr derb, vor allem auch in der Sprache. Und das ist auch, was mir sehr gut gefällt. Also ich mag eh so diese Familienthematik auf der Bühne, wenn es in sowas, ja, in so Abgründe geht. Und das tut es ja total. Also es gibt ja, sagen wir mal, zwei Familien, die da verhandelt werden. Man muss sich vorstellen, es sind auf der Bühne drei Trailer. Genau, so Zirkuswägen. So Zirkuswägen. Zirkuswagen. Wägen? Weiß ich nicht. Zirkuswagen. Und links und rechts ist jeweils eine Familie drin. In der Mitte weiß man noch nicht genau, was drin ist. Da ist die Frau Groll voll, die Böse Alte. Die Böse Alte, man stellt sich dann raus, wohnt da drin. Ja, und links und rechts auf jeden Fall die Haupthandlung auch, wie dann so Familiendramen da drin stattfinden. Ja, da geht es ziemlich ans Eingemachte so. Es wird sehr, ich würde mal sagen, so bildhaft statisch auch gespielt mit der Sprache, mit der Körperlichkeit, mit Wiederholungen, mit Ausharren. Also man hat so ganz, also ich habe total stark das Bild von einem Schauspieler, der im ganz rechten Trailer mit seiner Mutter wohnt. Der, das ist der Hermann Wurm. Hermann Wurm, oh ja. Und der Name, der passt halt auch perfekt. Der hat gelitten. Der hat gelitten und er leidet noch mehr durch den Teufel, der seine Mutter ist. Ja, die schikaniert ihn bis aufs Blut runter. Ja, dem Stück wird auch nachgesagt, dass es autobiografische Züge hat, was Werner Schwabs Kindheit angeht mit der Mutter. Also der hat wohl als Kind mit der Mutter zusammengelebt, alleine wohl anscheinend auch in so einem Kellerzimmer gewohnt. Und die Mutter war wohl auch sehr katholisch, sehr, sehr christlich, geistlich eingestellt. Und der hatte, glaube ich, nur nicht so leichte Kindheit. Die Tochter von dem anderen Trailer, wo du sozusagen eine Tochter spielst, du und Hanna, also Hanna kennen wir aus der ersten Folge, die spielt mit dir zusammen, ihr seid zwei Töchter, dann gibt es eine Mutter und einen Vater da, die in diesem Trailer wohnen und man hat nicht einmal das Gefühl, dass sich jemand davon befreien kann, weil man so in diesem Konstrukt drin ist von irgendwie auch so, ja, irgendwie so einem Vater, der die alle unterdrückt und diese inzestuöse Verhältnisse da auch zu dem Vater und der Vater auch so diese Kinder so für sich vereinnahmt und man denkt so, aber auch auf gar keinen Fall darf was nach draußen gehen. Also wenn es dann irgendwie klopft. Das passiert nur im Privaten. Ja, aber es klopft dann einmal an der Tür und dann plötzlich sind alle da und denken so, da ist die Welt von draußen und lass mich in Ruhe, wir bleiben hier in unserem Trailer drin. Also es beklemmt, aber irgendwie am Ende saß ich da und denke so, ja, dieses Gefühl ist so und so ist die Realität. Nicht so, wie es eins zu eins da gespielt wurde, aber diese Beklemmtheit, diese Abgründe von Familien findet man zu 100 Prozent sehr, sehr häufig. Ja, absolut. Das machst du gerade. Ja, das mache ich gerade. Sich mit solchen Stücken auseinanderzusetzen und vor allem bist du auch gerade sehr viel mit Hörbuchsprechen beschäftigt. Ja, ich habe jetzt vor einer Woche für den Argon, nee, vor zwei Wochen für den Argon-Verlag Chaos, Folge nicht der Hürde, äh, der Hürde. Was hast du? Das hat lange gedauert, bis ich im Studio fertig bin. Was hast du gesprochen? Kannst du kurz mal, du bist eine ausgebildete Presseerin. Ich bin eine ausgebildete Presseerin. Kannst du mal kurz sagen, also du hast was gesprochen? Ich habe Chaos, Folge nicht der Herde besprochen für den Argon-Verlag vor zwei Wochen circa und jetzt bereite ich gerade zwei Hörbücher parallel vor und zwar einmal den zweiten Band von Prinzessin Undercover. Da hast du auch den ersten gesprochen, ne? Genau, richtig, der ist jetzt im Sommer erschienen irgendwann. Da mache ich jetzt gerade den zweiten Band, den bereite ich vor und dann noch der Zaubergarten für Hörbuch Hamburg. Das wird so ein Kinderhörbuch über einen Garten, in dem zauberhafte Pflanzen wachsen. Und mir darf ich nichts fragen. Das klingt cool. Das wird sehr schön, ja. Und du bist auch jemand, den ich sehr für sein Prima Vista-Lesen bewundere. Heißt das, du liest gerne oft laut schon immer oder ist das eine Sache, die… Wenn ich ehrlich bin, gibt es dazu eine ganz süße Geschichte eigentlich, weil ich konnte damals nicht lesen. Also ich war das, wie soll man das sagen, ich war das langsamste Kind in der, also so in der Grundschule. Ich konnte einfach nicht lesen. Ich war die Letzte, die lesen gelernt hat. Ja. Weil ich, also was ich gut konnte, war die Buchstaben. Ich konnte die alle auswendig. Ich wusste auch, wie man die schreibt und so weiter. Aber was ich nicht konnte, war die Buchstaben aneinander zu fügen und daraus ein Wort zu bilden. Nee, pass auf, dann hat mein Papa nämlich wirklich einzelne Buchstaben gemalt auf Zettel. Ja. Und mir dann wirklich nachmittagelang, und der ist teilweise echt, also der war genervt hoch zehn, ne, hat mir dann diese einzelnen Buchstaben hingelegt und dann immer noch ein Buchstaben dazu und dann so nach und nach halt Wörter gebildet, ne, oder auch Silben. Und, und, also das war für den natürlich super anstrengend, weil am Anfang war das das große Geheule, weil ich einfach gesagt habe, ich kann das nicht. Und das ist mir als Kind ganz oft passiert. Ich konnte was nicht, ich habe geweint und bin dann weggelaufen. Ist heute nicht mehr so. Ist heute auf gar keinen Fall mehr so. Und das war dann ganz schrecklich und dann hat er mit mir ganz lange geübt und dann irgendwann konnte ich es tatsächlich auch. Juhu. Und jetzt ist halt ziemlich witzig, dass ich jetzt irgendwie schon super viele Hörbücher aufgenommen habe und auch noch weiterhin aufnehme. Mein Traum ist ja mal irgendwann so einen kleinen Raum, wie so eine kleine Bibliothek zu haben, wenn ich dann mal meine kleine Villa habe und dann so eine kleine Leiter, mit der ich das von links nach rechts rollen kann, wie Belle bei Die Schöne und das Biest. Und dann ziehe ich mir so ein einzelnes Buch heraus und lese. Egal. Und liest dann so auf der Leiter. Auf der Leiter. Und dann schwinge ich aber schon zum nächsten Buch hinüber. Ach, schön. Na, na, na. Ja, es ist ja oft so, dass, ich kenne das auch, dass wenn man so in der Kindheit eine Sache nicht so gut oder nicht so gut wie andere beherrscht hat, dass man dann so einen besonderen Ehrgeiz in dieser Sache entwickelt, der dann aber lange bleibt. Und man dann halt genau darin besonders gut irgendwann wird. Wie kommst du auf die Geschichte? Auf die Geschichte komme ich, weil du hattest mich ja eigentlich um eine polnische Geschichte gebeten. Vielleicht noch an der Stelle. Du hast polnische Wurzeln. Genau. Ich bin in Polen geboren und bin Polin sozusagen, aber hier in Deutschland aufgewachsen. und ich habe gesucht und gesucht, aber ich habe leider wirklich nichts gefunden, was ich gerne gelesen hätte einfach. Und das ist hier so ein Buch, eine Sammlung von Geschichten. Das heißt, früher war noch mehr Lametta und dann habe ich die gefunden und ich musste selber so laut lachen, als ich mitten in der S-Bahn saß und an die Stelle kam, wo die Kinder erzählen, was sie diesem Jungen eigentlich für Geschenke gemacht haben und was er damit gemacht hat. Es ist einfach wunderschön. Es ist auch, ich finde es auch so schön, wie du das liest, so ganz plump. Ich habe sofort so ein Kind, das so ein Papa anguckt und sagt, ich habe dir einen Hammer geschenkt. Ja. Und der Papa so, ein Kind, das 320 Geschenke da hat und kriegt einen Hammer. Moment mal so. Aber genau das ist so, das, wo ich auch dann sofort mit dieser Geschichte, oder Weihnachten oder generell so ein Gefühl identifizieren konnte. So, wie läuft Weihnachten bei dir ab? Ach so, Weihnachten bei mir? Ja, Weihnachten bei mir läuft sehr traditionell ab, also sehr polnisch. Was heißt polnisch? Ja, bedeutet im Prinzip, wir haben immer einen Tisch, der gedeckt ist für die Anzahl der Leute, die wir sind, plus nochmal ein zusätzliches Gedeck. Also es kommt nochmal ein zusätzlicher Teller und zusätzliches Besteck hin, genau. Und also wirklich, falls jemand an der Tür klopfen sollte, jemand der einsam ist, jemand der ein Bettler ist oder so, dass man die Person quasi sofort ohne große Umstände einladen kann, mit dabei zu sein, damit die nicht alleine ist. Ist das eine typisch polnische Tradition? Ich weiß nicht, ob das eine typisch polnische Tradition ist, aber ich weiß halt, dass so in Polen grundsätzlich Weihnachten gefeiert wird, dass das jeder macht. Und genau, und eins meiner schönsten Weihnachten war eigentlich, als meine Mutter das Gebet gerade beendet hatte und wir uns setzen wollten, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich ihr ein Furzkissen unter den Hintergrund. Nein. Das war das beste Weihnachten ever, weil es war halt so richtig, weil es war einfach so mega heilig, dieser Moment, so totale stille Kerzen anessen, bla bla bla. Ich legte halt so voll das fette Furzkissen unter den Hintern und sie setzt sich halt und es macht so, und sie so, das war ich nicht, das war ich nicht. Hat sie sofort gerichtet. Das war einfach so lustig. Mein Vater fand das jetzt nicht so genial, mein Bruder hat sich so ins Fäustchen gelacht. Ich fand's super. Ist in der ganzen Zeit, stand da mal ein Bettler vor eurer Tür und hat diesen Platz eingenommen? Nee, leider gar nicht. Nicht einmal. Ich hätte mich persönlich total darüber gefreut. Ja. Also egal, ob Bettler oder wer auch immer, ich hätte mich einfach gefreut, wenn es zu der Situation gekommen wäre. Was wünschst du dir dieses Jahr am meisten zu Weihnachten? Das ist aber ein Wunsch, den erfülle ich mir selber. Das ist ja auch schön. Was ist das? Und was ich mir eigentlich zu Weihnachten wünsche und was ich mir selber erfülle, ist mir endlich meinen Hund zu holen. Stimmt, das hast du mir schon mal erzählt. Also ich wünsche es mir irgendwo, kann man sagen, so zu Weihnachten, aber ich erfülle es mir halt eben selber, weil ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn meine Familie das machen würde, die würden mir wahrscheinlich so einen Hund vom Züchter holen und ich möchte halt eigentlich zum Tierheim. Ja. Und auch zum Tierheim einen Hund holen oder eben aber von dem Tierschutzverein, bei dem ich bin, einen Hohlen retten aus Rumänien. Ich werde auf jeden Fall mit dem Gassi gehen, wenn du in Hannover spielst. Ja. Ne, dann nehme ich den sowieso mit. Ach, dann nimmst du den sogar mit. Der kommt mit mir überall hin. Ach, das ist ja cool. Ja. Richtig gut. Ähm, Moni. Ja. Was denn? Machst du jetzt noch einen Heiratsantrag? Ich mach dir jetzt einen Heiratsantrag. Ich bedanke mich, dass du da warst. Es war sehr schön. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Auch mit der Weihnachtsstimmung. Der Kerze. Ja, die Weihnachtsstimmung und die Kerze. Wir dürfen nur nicht vergessen, die Stimmung gleich auch wieder auszupusten. Mhm. Machen wir den jetzt. Vielleicht machen wir das am besten jetzt. Willst du es machen oder soll ich? Weil wenn ich das nicht vergesse und das Studio abbrennt, dann habe ich ziemlich Wohl. Schaffen wir das zusammen? Okay. Drei, zwei, eins. Wow. Weihnachtsstimmung ist vorbei. So, Leute, das war's. Schöne Woche euch. Guten Rutsch und so. Ciao. Jetzt fängt die Weihnachtsstimmung erst an. Jetzt ist nämlich ein bisschen Rauch. Jetzt riechst es nach Lagerfeuer. Liebe Leute, das war's für heute mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt es doch an Freunde. Erzählt es ihnen und teilt es mit ihnen. Habt wunderschöne Weihnachten. Vielen Dank, lieber Leon, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Fröhliche Weihnachten. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüssi, Koski. Mo Entertainment. Lass uns was hören.